Döns, man will hier einfach, hat jemand schon mal dieses Baseball, achso, achso! Du klickst einfach den Baseball an. Ah! Krass. Das ist der Hammer. Das krieg ich mir voll schwer vor. Und diese Zwischensequenzen, die sind einfach der Hammer. Pass! Oh yeah, ich hab noch ein Winnie-Spiel gewonnen. Jetzt muss ich nur noch Mathe gewinnen und dann bin ich durch alle durch. Ich hab gerade ein Baseball ins All geschossen. Ja, ich auch, auf die Sonne. Oh ja. Oh, jetzt hat die Sonne ein Pflaster. Klammern? Mhm. Ähm. Komm mir verarscht von dem Spiel vor. Ja, so geht's mir gerade auch. Ja, nee, der will mein... Jetzt muss ich extra noch Flash Player neu runterladen. Ernsthaft? Das ist bitter. Nee, oder? Ich bin verwirrt, warum ich das... Scheiße, bin ich langsam bei dem... Ja, eh, wie doch! ...wächt nun, äh... Ich hab 1300... Nein, ich bin durch! 1300! Funktion. Telefon. Ich hab jetzt drei Baseballs in die Sonne gefetzt. Yay. Krass, bist du gut. Ja. Oh Gott, ist das laut! Das haben wir sogar noch gehört. Oh, was mach ich jetzt nicht denn fertig? Soll ich euch mal was sagen? Was denn? Ich... Äh... hab... Soeben gerade mich überhaupt nicht konzentrieren können, weil nebendran mein Telefon... Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du... Äh... Rechne dabei mal im Kopf, ey. Holy shit. Ich habe Mathe abgeschlossen gekriegt. Ich auch. Ich habe jetzt nichts mehr zu tun. Oh, da ist ein Quest. Oh, gib mir ein Quest. Fantastic, you are a minigame master. Wollen wir nicht mal auf die Lahmarschigen da vorne warten? Nein. Keinesfalls. Oh, ich habe Jeans bekommen. Ich habe... Was? Wo ist meine Tasche? Gib mir... Dann halt nicht. Pants. Gib mir was für meine Pants. Dieses Spiel. Inventory. Wie kriegt man das so auf? Naja, ist egal. Oh, ich habe Hosen. Oh, ich habe zerrissen Hosen und ich habe Schuhe an. Holy shit. Warum hast du... Ich brauche bitte Hosen. Weiß nicht. Wie zum Teufel zieht man die an? Oh Gott. Du machst deinen Inventor und machst einen Rechtsklick drauf. Oh, Kada. Du siehst ja heiß aus. Ja, ne? Sehr geil. Oh mein Gott. Oder guck mal, da läuft noch jemand rum. Esoline. Es gibt noch andere Leute in diesem Spiel. Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein Let's Player, der irgendwie... ...sagt... Guck mal, der irgendwas am Kopf hat, ja. Hä, jetzt kann... Hey, hier kann man nochmal questen. Ich kann da noch... Hä? Ich kann das nochmal spielen, aber ich will gar nicht. Auch nicht. Warum habe ich eigentlich die... Komm, ich gehe mal Hans-Peter besuchen. Guck dir einfach mal an, was für eine große ich dann habe. Ich kann gerade... Er spielt doch gerade. So. Mir rollt ein Robbo hinterher. Yay. Ich spiele in einem Spiel ein Spiel. Macht Sinn. Guck dir aber erstmal meine Schuhe an, ey. Ich weiß, wo wir lang müssen. Ja. Schön, dass das manchmal gar nicht hängt oder so, dieses... Ja, genau. Das dachte ich halt auch so. Ich kann mich überhaupt nicht beeignen. Wenn ich es tue, ist das Spiel so langsam, dass es nicht ordentlich geht. Pass. Hier ist ein Riesendon abnommen. Ich weiß, wo wir hin müssen. In dem Quest heißt, wir sollen dem Sparkling Path folgen. Ich würde sagen, das hier ist Sparkling. Und ein Pfad. Ich habe meinen ersten Fehler gemacht. Guck hier, Marius. Dreh dich einfach mal um und guck mal hinter dir. Achso, irgendwas. Wie viele Punkte braucht man denn? Oh, scharf, Kadda. Scharf. Geil, oder? Aber sowas von geil. Gut, dass die nicht pink sind oder so. Die haben vor allem Blümchen. Und ich glaube, ich habe Hausschuhe oder so an. So eine weiße Hausschuhe oder so. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Wenn du das gleich kriegst, wie Crowding, kriegst du, ähm, Dings, äh, zerrissene Jeans. Inventar. Inventar. Rip Denim Jeans. Ja. Äh. Nein. Wie ziehe ich das an? Wo muss ich das hin tun? Äh, rechts klicken. Oh, ah, okay. Oh yeah. Oh yeah. Oh, wenn wir tauschen. Red Slip-Ons. Shoes for Boys. Äh, wir können gerne tauschen, wenn du die Jeans anziehen kannst und ich deine Hose da. Guck mal, ich jähle. Dream Ticket. Das Dream Fragment. Ähm, wie kann ich, wie kann ich mich ausziehen? Das ist das Wichtigste im Spiel. Äh, Inventar, was weiß ich? Charakterinformationen. Ah, hier. Ähm, Hose. Yay! Okay, ich habe jetzt wieder nur meine Shorts an. Ähm, Inventar. Zieh, zieh sofort deine Hose wieder an. Es ist ein Kinderspiel. Ja, und? Zieh sofort deine Hose wieder an. Wir wollten doch tauschen. Frau, zieh du erst den Oberteil an, ja? Dann können wir weiter reden wegen Kinderspiel. Ah, nee, das geht nicht. Vielleicht kann ich... Genau. Kann ich auf dich draufklicken? Nein, ich will... Die ist non-transferable. Die sind nicht handelbar, Marius. Ah, verdammt. Da steht nicht mit einem Händler handelbar. Ach so. Ja, aber da steht Pants for Boys dran. Heul doch! Wenn Kader die gefallen, dann soll sie die anziehen. Ja, aber dann geht es einfach nicht. Übrigens, guck mal, Marius, ich würde sagen, das hier ist der Sparkle Path, oder? Handel wurde von Kader abgelehnt. Ja, jetzt warte doch, ich muss doch erst mal die Hose ausziehen. Du musst zum Handeln also die Hose ausziehen. Gut zu wissen. Oh, cool, das kann man aufsammeln. Bestätigen. Ah. Alter, wie viele... Nein, das geht nicht. Du musst doch dieses Mathe-Teil machen. Okay, dann lass wieder zurücktauschen. Dafür bin ich irgendwie zu dumm. Schade. Schade. Ist am Ende nur auf die beiden... Also ich hätte die Hose geil gefunden. Oh Leute, wisst ihr was? Was denn? Ich hab voll rausgefunden, wie der nächste Quest geht. Seht ihr die komischen Blubberblasen, die da in der Luft rumfliegen? Ja. Die müsst ihr aufsammeln. Ach so, die hab ich schon aufgesammelt. Hier drin, da, weil wir sind... Eine Blubberblase. Oh, 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 to Paris Area Station, to Florapolis Area Station, to Beijing Area Station. Aber wie er schon wieder abhaut, gell? Lass mich schrauben mich um. So ein Teufel bin ich hier gelandet, ey. Ja, ähm, schön, dass das Vieh nicht irgendwie gar nichts sagt oder so. Also bei mir sagt das Vieh andauernd scheiße. Nee, das ist das eine Vieh hier unten, das sagt nichts mehr irgendwie. Ach so. Die Moneyline hab ich dich eigentlich schon ge-addet. Die ist vorhin dissapeert, als ich sie adden wollte. Also hab ich's später nochmal gemacht, als sie wieder da war. Okay. Stimmt, ähm, ja, nee, ich hab sie schon. Keine Quests mehr? Ich muss denken. Gibt's ja auch ne große... Oh, da gibt's ne große Karte, mach mal auf. Mach auf! Warum muss man hierbei denken? Wie kommt man da runter? Wo runter? Hier vorne runter. Ich will da ins Gras. Muss ich das jetzt nochmal spielen? Wie viele Punkte braucht man bei dem Spiel, damit man's geschafft hat? Also ich hab's mit 2100 gepackt. Oh, ich hab's geschafft. Und jetzt? Jetzt, wenn du alle drei geschafft hast, musst du wieder zu dem Typen hier unten. Oh, hier ist noch einer. Der spielt Dipsy. Sag mal, wo renne ich hier eigentlich rum? Hier vorne am Spiel. Oh mein Gott. Könntest du dem da? Könntest du? Ähm, nee, war nicht zu dem kleinen Viech hier, das hier steht. Das ist da? Das ist da, wo ich bin. Das boah. Ich muss nicht so minimal Sorgen um meine Gesundheit. Aber gut. Jetzt ist ja wieder Deutsch. Wo und war ja Englisch. Ja, irgendwie können die Dinger sich nicht entscheiden, was sie sprechen wollen, ne? Wo wollen wir denn jetzt eigentlich als nächstes hin? Keine Ahnung. Oh, ich hab schon 10... Ja, äh, ihr müsst rauskommen und diesen Quest machen und dann... Wo rauskommen? Ja, aus dem Carnival, da wo die Pfeile stehen. Da musst du ein Rechtsklick auf diesen Pfeil nach draußen machen. Dicker Pfeil. Und dann kommst du nach draußen. Warum habt ihr alle was bekommen und ich nicht? Du hast auch was bekommen. Du musst zwei oder dreimal anquatschen, den Typ da unten. Das ist irgendwie komisch gemacht. Nein, ich hab ein Dream-Ticket und, äh, komische Fragmentteile. Das war's. Ja, dann musst du noch mal die irgendwelche Quests machen. Hallo, Kada. Hallo. Also, du hast ja... Ich stehe aber keine mehr. Hab rausgefunden, was denn das hier... Glitzerhähne-Kiddies. Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Und damit kannst du reisen. Ja, ey. Oh, nee. Geh nochmal zu dem hier und quatsch den anderen. Sag mal, was der sagt. Penis. Zu dem kleinen... Hallo, wir helfen, äh, helfen Golden Palace fleißig bei einem streng geheimen Projekt. Oh, oh, ich muss zurück an die Arbeit. Keine, keine Hose oder so bekommen. Nein. Dann probier's mal mit dem hier oben. Ja, dann musst du halt nackt rumlaufen, wa? Als ob dich das stören würde. Das findest du, Gammarius? Ich wollt grad sagen, wenn's nach ihm ginge. Hier sind überall Haken, dass ich's geschafft hab. Ja, dann musst du die auch abgeben. Du musst dann jeden nochmal mit nem Rechtsklick anquatschen. Mir fehlt immer noch vier von den Sparkleys. Ja, du musst noch ein ganzes Stück weit laufen. Und dann ist da irgendwo so ne fette hässliche Katze, die dir den Quest abnimmt. Allerdings hab ich ihn auch noch nicht abgegeben. Warte mal, kann ich euch nicht in die Gruppe einladen? Nee, ich hab schon versucht. Das geht nicht. The boa-Konstruktors are currently in the process of building something magical for Hello Kitty. I'm not sure what it is, but I can guarantee that it's going to be worth the wait. Okay. Jetzt bleibt halt da. Warum fliegt da so ein fucking Zeppelin rum? Welcome. Mit so nem rosa... Oh Gott. Stirb. Noch einer. Alles ist lesenig. Oh, jetzt hab ich auch diese, diese wunderschönen, blumigen... Hör auf, mich voll zu schwitzen, Frau. ...Hosen gekriegt. Also ziehst du dir jetzt doch was an? Meine Frau schwitzt mich voll. Wo kann man das denn? Ich bin gerade... Da rechts ist so ein... Ach, da. Genau. Und dann rechts klickst du auf die Hose. So wie im echten Leben auch. Ja. Ich schlode ihn jetzt. Ich schlode... Hose. Hose, Hose, Hose. Will er nicht. Die will nicht, dass ich mich anziehe. Du musst einfach einen Rechtsklick drauf machen auf die Hose im Inventar. Ach, dieses Spiel ist mir zu kompliziert. Jetzt muss ich... Das ist voll... Oh. Nee. Muss man das doppelt einsampeln, ey? Wie ätzend ist das denn? Wollen wir mal gucken, was die Chaoten da drin machen? Das ist hier Wani leider zu doof. Nein, ich glaube, wir lassen sie lieber alleine. Das Spiel ist mir zu kriegen. Ich will ihre Affäre jetzt stören. Okay. Stören wir ihre Affäre. Genau. Guardian Roboter, Guardian Tricky Wu und Guardian Ban Ban. Alles klar. Wani Kiewu. Wani, hast du auch alle drei Spiele abgeschlossen? Du hast eine Hose an. Du hast eine Hose an. Oh my God. Es sind echt die Plüsch-Pantoffeln, die du auch gekriegt hast. Ja, ich habe nicht mehr Arten. Arius, ich glaube, wir haben es irgendwie mit unseren Klamotten besser getroffen. Wir haben voll so Pyjama-Sachen an, ey. Ja, ja. Okay, auf zum Dream-Carneval. Yay. Yay. Miau. Ja, willst du da wirklich hin? Dass er für das jetzt vier, fünf Sekunden geladen hat, bin ich ja unglaublich weit weg. Äh, warte mal. Äh, Wani? Ja? Hast du da drin den Glitzerstaub eingesammelt? Ein bisschen. Ein Ding habe ich davon. Da sind mehr drin. Heiz, du brauchst zwei. Geh nochmal rein. Los, rein mit dir. Warte, äh, warte. Ich gucke eben in mein Inventar. Äh, Sparkly Dust. Oh, ich habe vier. Was? Ich habe sieben. Ja, okay. Also, alles hier auf den Weg einsammeln und mir nach. Ja, und wann legen wir den ersten Boss? Ich weiß noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie man kämpft, aber... Hans-Peter, komm. Los, Hans-Peter. Ich habe einen Pferdeschwanz. Dieser Witz ist einfach so ausgelutscht. Ehh. Die Wortwahl tut mir jetzt wirklich leid. Pocaccio. Oh my, oh my, oh my. I'm so excited. So many things to do. Hm, where should I go first? Weg. Ich kann dir einfach mal nach. Wo müssen wir überhaupt lang? Dieser blöde Hund, äh. Der hüpft. Ach, da glitzert was. Norm, meins. Ja, alles aufsammeln. Alles was hier... Was bist du denn da? Da ist ein... Ein Schotow. Oh, Mr. Believe it or not. I'm quite handy when it comes to Carpentry. Was? Oh, guckt mal. Blümchen. Great Carpenter. Stimmt, das Spiel ist so unglaublich... Rosa. Weiblich. Diese... Diese Pilzhäuser. Ja. Wenigstens sind wir aus diesem Scheiß... Hier ist dummer als Kaninchen.